Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und dieses Video ist kein normales Video. Dieses Video ist ein 100 Abonnenten Special. Und zuerst mal möchte ich sagen, Dankeschön, dass ich 100 Abonnenten habe. Es gibt so Leute, die haben schneller 100 Abonnenten erreicht, aber das ist mir egal. Und ich freue mich auch ziemlich. Es sind glaube ich sogar 101 oder so. Das ist ja die letzten Monate und Wochen ein bisschen herumgegangen. 99, 100, 99, 100, 101, 100 und so. Und ja, ich wollte einfach Danke sagen und jetzt werdet ihr 10 Fakten über mich erfahren. Der erste Fakt ist, dass ich jedes Jahr eine andere Sportart mache. Dabei waren schon Fechten, Rugby, Karate, Fußball, Baseball und Taekwondo. Zweitens, ich bin 1,67 groß und das ist genau die perfekte Größe für mich. Drittens, ich bin 14 und habe am 25.02. Geburtstag. Fünftens, mein echter Name ist Antea. Das Ganze ist griechisch und bedeutet blütenreich. Sechstens, da ich ziemlich paranoid bin, steht neben mir immer ein Baseballschläger. Siebtens, ich spiele Klavier, nehme aber keinen Unterricht. Achtens, mein Stand-PC heißt Optimus Prime. Neuntens, ich habe eine Allergie gegen Äpfel, genau wie Taddel. Zehntens, für mich sind Dinge nicht interessant, bis ich etwas Spannendes darüber erfahre. Ja, das waren die 10 Fakten schon. Zum Schluss sind mir dann die Ideen ein bisschen ausgegangen, aber ich hoffe, das war in Ordnung. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video und bis bald! Bis bald! Okay, ciao!